Noch bis Samstag ist im Eingangsbereich des Mediamarktes in der Saumildensee eine Fotoausstellung zu sehen. Hierbei handelt es sich um Impressionsbilder des Fotografen und Mediamarkt-Mitarbeiters Steffen Fucke. Der Facharbeiter, der nun in der Fotoabteilung arbeitet, machte eine Ausbildung zum Fotografen und entwickelte im eigenen Schwarz-Weiß-Labor seine geschossenen Bilder. Zu sehen ist eine breite Auswahl an Fotografien, welche über Landschafts-, Makro- und Porträtaufnahmen geht. Heute gibt Fucke sein Fachwissen weiter an die Kunden des Elektromarktes. Des Weiteren können die Kunden für ihr persönliches Lieblingsbild abstimmen. Am Samstag werden unter allen Teilnehmern drei Gewinner gezogen, die mit etwas Glück ein Fotoshooting oder ein Fotoworkshop gewinnen können.